Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Wir geraten wieder mal in den Kampf, ohne was zu tun. Nein, natürlich zu Kingdom Hearts, Chain of Memories. Und wir besiegen wieder mal alles, alles, freeze. Alles, was uns in den Weg läuft. Solange ich wieder diese dummen Dicken komme. Naja, hätte ich es doch noch nicht gesagt. Du bist mir im Weg. Wieder aufladen die Karten. Dicker, du bist mir im verdammten Weg. Ich kann dich also nicht... Ja, verpiss dich doch. Nun geht es mir echt auf den Senk, du verdammte Kacke. Nein, nicht den sollst du angreifen. Ja, genau diese zwei. Gut, dass wir uns so gut verstehen, nicht wahr? Freeze. Und teilen müssen wir uns auch mal. Kann ich eigentlich... Ja, geh doch! Aus dem Weg. Ja. Wieder Karten aufladen. Niemand dabei in die Quere kommt. So, du bist weg und du bist jetzt auch gleich weg. Schön, danke. Wir können nur hier lang. Wir können nicht lang. Dann gehen wir also wieder zurück. Und runter da... Nein, nicht da. Ach, die Steuerung ist so toll. Die kleinen Dinge halten verdammt viel aus. Und sie vermehren sich ziemlich schnell. Und alle die kleinen zuerst niedermetzen. Und wieder Karten aufladen. Dann wieder... Auch die kleinen können sich erholen. Ach du, das war's noch mit dir. Und dicken wieder ein. Frieren. Und immer dasselbe Spiel. Eigentlich ist das Spiel ja toll, aber ist ein bisschen... ...mühsam. Mit den Kämpfen. Es ist einfach überfüllt. Es ist wie Brawl Online auf einer Minimap. Die, die es kennen, wissen wie das ist. Die, die es nicht kennen... Ja. Habt Schwein gehabt. Ja. Weg. Zwei auf einen Streich. Ja. Geh. Doch. Weg. Greif ihn von hinten an. Ich... Oh. Aladdin. Nochmal. Und schon ist er weg. Friedlicher Schatz. Erlern den Betäubungsschlag. Und gehen wieder hier hoch. Um dann wieder hier runter zu gehen. Und nicht mehr runter zu fallen. Und dann gehen wir... Irgendwohin. Hier? Nein. Das bringt uns gar nichts. Gehen wir mal wieder zurück. Hier gibt es doch auch noch eine Tür. Die wir mit diesem... Mit dieser Karte öffnen. Okay. Wo ist es denn das? Hat Aladdin seine kostbare Jasminchen aufgegeben. Für euresgleichen werde ich keinen Wunsch vergaugen. Mit euch komme ich auch allein klar. Nein. Nicht Bosskampf. Aladdin. Jetzt. Swish. Was? Du? Geist. Schnapp ihn dir. Verzeih mir. Oh. Uff. Du bist drauf reingefallen, Schaffer. Wie meinst du das? Er meint, dass du gerade deinen zweiten Wunsch verspielst. Bleibt bloß noch einer. Komm schon. Nutze ihn, um Jasmins Herz zu gewinnen. Aber mit uns musst du das auch noch aufnehmen. Ach so. Jetzt verstehe ich. Oh. Du bist so clever. Du bist so schwul. Nein. Eigentlich mag ich Gin. Gin. Ah. Mir ist die Hand eingeschlafen. Ah. So, so. Die List einer Ratte. Aber leider kannst du nicht über den Tellerrand hinaussehen. Dein kleiner Trick ändert gar nichts. Ich kann dich ein für allemal vernichten und Jasmin bekommen. Geist, mein letzter Wunsch. Verwandle mich in einen allmächtigen Lampengeist. What the hell? Nein. Ich will nicht. Es ist so heiß. Das muss Jaffars Werk sein. Ich will nicht gegen den kämpfen. Ich habe Angst. Ich komme nicht gegen den an. Okay. Ich muss den vorklumpen. Gut. Wow. Das ist mal wieder so ein super Kampf. Ja. Weil ich weder ausweichen. Noch sonst irgendwas tun kann. Ja. Ich kann eben nicht ausweichen. Und ich kann hier nicht hoch. Mann. Doch. Dachtest du, ich wäre so blöd? Ja. Huhahua. Huhahua. Huh. Heel. Und wieder aufgelandet. Gut. Kann ich dich freezen? Mich heilen kann ich aufladen. Nein. Da bin ich da vorne noch reingelaufen. Ich treffe den Vogel nicht. Doch. Er kann schweben. Aladdin. Ja. Okay. Ich muss immer wieder hochspringen. Aber die bringen mir, glaube ich, hier gar nichts. Warte mal. Nein. Nein. Ich verstecke mich lieber hier. Das macht ihm gar nichts. Wieder meine Karten aufladen. Und hier passiert mir nichts. Gut. Wo ist der dumme Vogel? Hier. Na. Hoch. Nein. Au. Au. Der dumme Vogel. Ist der nicht eigentlich auf unserer Seite? Oder sollte er es sein? Hoch. Heel. Karten aufladen. Weglaufen. Hochspringen. Karten aufladen. Karten aufladen. Getroffen werden. Nein. Hoch. Das trifft mich sowieso. Scheiße. Hoch. Vogel. Vogel. Der bereitet mir weniger Probleme als der andere. Wegfert dich. Gut. Vogel. Au. 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 Hoch. Warten bis er geschossen hat. Mich treffen lassen. Hoch. Hoch. Karten. Ja. Das war dumm. Was hat mir jetzt das gebracht? Dass ich meine Karten aufladen muss. Ja. Ja. Jetzt sind die alle runter. Könnte ich da weglaufen? Ja. Hat es mich jetzt getroffen oder nicht? Komm her, Vogel. Lange lebst du eh nicht mehr. Ich möchte es jetzt wieder aufladen. Oh. Nochmal. Oh. Noch eins. Blöder Vogel. Oh. Wo ist der Vogel? Oh, jetzt bist du hinter mir. Den kann ich irgendwie nicht ausreichen. Oder ich bin einfach nur zu blöd dafür. Komm her, Vogel. Jetzt sind die Teile wieder runter. Oh, dummer Vogel. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Vogel hieß. Ich habe keine Ahnung mehr, aber ich dachte, er wäre auf unserer Seite. Also, im Film. Oder besser gesagt, in der Serie ist er auf jeden Fall auf Aladins Seite. Ich komme da nicht mehr hoch. Jetzt komme ich hoch. Jetzt wieder nicht mehr. Ausweichen. Karten. Aufladen wollte ich eigentlich. Ja, hier komme ich nicht weg. Das weißt du bestimmt, was auf mich. Das war klar. Vogelchen. Ist das mühsam, um auf die Plattform maten zu müssen. Ups. Komm her, Vogel. Nicht mehr lange. Und du bist Geschichte. Weg. Heilen. Gut. Aufladen. 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 Weg da. Ich spring da hoch. Wo ist das? Weg da. Das war dumm. Nochmal heilen, 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 heilen. Und Vögelchen. Und somit hätten wir es, glaube ich. Ein Rubi in einer Garte. Die möchte ich natürlich haben. Jafar. Ota Jafar. Donald, du hast gar nichts gemacht. Ja, Jasmin ist gerettet und wir haben noch die Lampe wieder. Hey, Aladin. Hast du nicht doch einen Wunsch übrig? Natürlich hat er das. Oh, jetzt hab ich zu denken. Bla, bla. Natürlich wär ich gern frei. Aber wie heißt es doch? Lampengeister haben keine Wahn. Ihr nehmt es mir wohl auch... Ihr nehmt mir wohl auch die ganze Sache mit Jafar und dem Meisterwechsel übel. Nein, tu nur nicht. Mach schon, Öl. Erfüll dir deinen Herzenwunsch und werde Prinz. Schnapp dir das Mädchen. Okay, hier kommt's. Ich wünsche mir Freiheit für Chini. Hey, ist das. Swoosh. Aber, Öl. Nun kann dich keiner mehr für seine bösen Absichten nutzen wie Jafar. Chini, du bist frei. Oh, das werde ich dir nie vergessen. Aber was ist mit Jasmin? Was willst du tun? Ich hatte Unrecht, Chini. Wenn ich deine Hilfe angenommen hätte, um Jasmin zu gewinnen, wäre ich kein Deut besser gewesen als Jafar. Da hast du wohl recht. Jasmin bedeutet mir alles. Ich möchte zeigen, wie ich wirklich bin. Das ist die richtige Einstellung. Du hast doch keine Ahnung von Mädchen, Sora. Danke, Sora. Und viel Glück. Wofür? Vorhin, als ich bereit war aufzugeben, hast du was gesagt, das mich aufgemuntert hat. Da wurde es mir klar, du hast auch jemanden verloren, der dir sehr wichtig ist. Stimmt. Du, Chini. Spar dir deine Worte, Kleiner. Ich weiß genau, was du denkst. Für dich, Sora. Swoosh. Eine Karte. Wann immer du mich brauchst, ruf mich einfach. Yay, wir haben eine Chini-Karte. Einverstanden, ne? Klar. Bist du sicher? Klar doch. Hey, ohne euch wäre ich diese Lampe niemals losgeworden. Außerdem denke ich, dass Aladdin nun sehr gut allein klarkommen wird. Wow, vielen Dank. Dann können wir nur hoffen, dass unsere beiden Wünsche wahr werden. Macht's gut, Sora. Tschüss, Al. Genial. Okay, dann gibt's noch einen Weg. Nämlich hierhin. Kletter, kletter, kletter. Safepoint. Speichern. Stufe 9. Yay. Jetzt sind wir wieder da. Hm. Hm? Was ist los, Goofy? Wegen dem Schloss, das ich vorhin erbünt hab. Ich hab mir das nicht ausgedacht. Ehrlich. Vorhin? Es war das Schloss, in dem Sora mit seinem Schlüsselschwert Kairis Herz befreite. Dann verschwand er für eine Weile. Wisst ihr noch? Ich werde nie vergessen, wie besorgt ich war. Hm? Stimmt, ja. Als ich in einen Herzlosen verwandelt wurde. Warte. Das ist in einem Schloss passiert? Hey, hast du das vergessen? Also ich erinnere mich genau. Und? Wie hieß das Schloss denn? Moment, es hieß, äh, 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 hey, Timmy, du hast doch alles in deine Reisechronik geschrieben, stimmt's? Von A bis Z. Ich hab den ersten Band beendet, bevor wir dieses Schloss hier erreicht haben. Mal sehen, ob ich das alte Buch noch finde. Hier ist es. Wollen wir doch mal sehen. Timmy, Timmy, Timmy. Hm? Das, das gibt's ja gar nicht. Alleinträge sind weg. Jede Seite ist leer. Wäääääh. Wie konnte das passieren? Ich hab meine Reisechroniken doch sorgsam gehütet. Jetzt ist die ganze Arbeit weg. Hm. Was für ein Schloss ist das hier? Ein komisches, ein sehr, sehr komisches Heigl. Ja. 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 Macht ihr das? Ja. Jetzt können wir uns also wieder frei bewegen. Hallo, blandes Mädchen. Ja, das ist was faul. Wie konnte alles, was Timmy geschrieben hat, auf diese Weise verschwinden? Vielleicht betrifft das auch noch mehr als bloß die Dinge, die wir aufschreiben. Hm. Hm. Laut Kufi waren wir schon mal in einem anderen Schloss. Aber ich erinnere mich nicht mehr. Niemand von uns. Vielleicht, vielleicht erinnern wir uns nicht, weil diese Erinnerungen weg sind. Wääääh. Lächerlich. Wartet. Wisst ihr noch, was der Kapuzenmann gesagt hat? Ja, bedeutet finden, verlieren und verlieren, finden. Ja, meint ihr damit Erinnerungen? Wenn wir weitergehen, verlieren wir unsere Erinnerungen, der haucht den armen Schloss des Entfallens. Das heißt, je höher wir gehen, desto mehr vergessen wir? Ähm. Und wenn wir alles vergessen und uns nie wieder erinnern? Dann werde ich auch Riko und Kairi vergessen. Sollen wir lieber umkehren? Keine Angst. Kufi? Du Trampel. Wir vergessen vielleicht, wo wir waren und was wir gesehen haben. Aber unsere Freunde nie. Wieso bist du dir da so sicher? Ja, als du dich in einen Herzlosen verwandelt hast, hast du uns da vergessen? Natürlich nicht. Ich werde euch nie vergessen. Na also, meine Worte. Egal was passiert, seine Freunde vergisst man nie. Ja, du hast recht. Danke, Kufi. Dann möchten wir heute gar keine Angst haben. Na also, dann los. Patsch, Patsch. Hey, Donald. Was? Als ich damals ein Herzloser war. Wer hat mich da verkloppt, hm? So etwas solltest du lieber vergessen. Ja. Haha. So. Also, ich spende hier mal wieder. Zuerst will ich noch speichern. Ja. Schlosser sind von uns. Also, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Byeee. Byei. Byeiii!